Hallo, da bin ich wieder, zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es eine eigentlich nicht neue Serie, die Serie gibt es schon ein bisschen länger. Äh, was heißt diese Serie? Eigentlich geht es um dieses Display hier, um die Sticker von Frozen, Olaf taut auf. Bestimmt kennt der ein oder andere von euch diesen Film schon, der läuft jetzt mittlerweile nicht mehr im Kino, leider. Aber ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen und ich hätte es eigentlich sofort öffnen müssen. Und das war ja der Vorfilm von Coco, auch einem Disney-Film, der vor Weihnachten, nee, lief der vor Weihnachten, um Weihnachten rum auf jeden Fall, lief der im Kino. Und der war so schön, ohne Witz, Coco ist einer meiner Lieblingsfilme gewesen aus dem Jahr 2017. Der hat es echt noch geschafft, einer meiner Lieblingsfilme zu werden. Und das war halt der Vorfilm, der davor lief. Ich war schon ein bisschen kritisch, als ich irgendwie ins Kino gegangen bin und dachte so, mhm, ja, es ist glaube ich schwierig, davon eine gute Fortsetzung zu machen. War ja in dem Sinne keine Fortsetzung von Frozen, sondern es war ja wirklich nur ein kleiner Vorfilm. Und war vor Weihnachten und war total süß gemacht. Wirklich, der war, ich fand ihn, letztendlich fand ich ihn mega süß gemacht und hat mich total gefreut. Und hat eine gute Einstimmung gebracht auf den Film Coco. Von dem habe ich übrigens auch noch was. Ich hoffe, ähm, ja, ich muss euch das unbedingt noch zeigen. Ich habe da einen ganzen Komplettsatz und ich möchte unbedingt die Sticker einkleben, weil ich diesen Film einfach unfassbar feiere. Ich finde ihn richtig toll. Falls ihr den gesehen habt, auch gesehen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und schreibt mir mal bitte, wie ihr den gefunden habt. Weil alle Leute, die den gesehen haben, die ich kenne, haben alle gesagt, boah, der Film ja war so toll und die Musik war so toll. Also Coco meine ich jetzt. Der hier war natürlich auch süß, aber Coco war natürlich der Hauptfilm. Ja, ich schalte es schon mal hier runter. Dann zeige ich euch mal, wie das Display so von der, von der Nichtentfernung, aus der Nähe aussieht. So sieht es aus. Ich weiß nicht genau, ob man es überhaupt noch bekommt im Handel, aber ich wollte euch das nicht unterschlagen, weil es hier bei mir die ganze Zeit rumstand. Ich habe es auch schon geöffnet, weil ich es für Tube Toys schon geöffnet, ein paar Tüten geöffnet habe. Für die Leute, die es noch nicht wissen, das ist ja ein Kanal, den ich mit Ben zusammen betreibe. Den wollten wir eigentlich gar nicht so publik machen. Der ist eigentlich international angedacht. Und falls ihr trotzdem Lust habt, reinzugucken, Tube Toys heißt ja, habe ich mittlerweile auch bei mir in der Kanalseite verlinkt, falls man das da irgendwie, ich weiß nicht genau, ob ich daran denke, den zu verlinken. Ich bin ja ein bisschen, so ein bisschen chaotisch und vergesse das ja manchmal. So, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und ein paar Katzenhaare. Das ist schön. Ja, so, kann ich schon zur Seite stellen. Das hier ist das Sticker-Album. Eigentlich schauen wir da auch immer nochmal rein, ne? Moment, ich mache das mal ein bisschen weiter wieder, ne? Andersrum, so ein bisschen weiter raus, damit man so einen kleinen Überblick hat, wie das so ungefähr aussieht. So sieht das aus. Der Film ist natürlich sehr weihnachtlich. Eigentlich passt es ja jetzt schon nicht mehr. Ist mir aber egal. Ihr wisst ja, wie das ist, mir ist das egal. Ich mache auch jetzt noch die Sachen, die mir irgendwie gefallen und die ich gut finde. Und deswegen schauen wir jetzt trotzdem einfach nochmal rein. So ein kleiner Einblick hier in das Sticker-Heft. Ach, der war schön, der Film. Den werde ich mir auch wieder angucken. Ich mache das ja immer so Weihnachten. Da habe ich immer so meine Weihnachtsfilme, die ich mir angucke. Also meine Rituale und so. Den werde ich mir auf jeden Fall auch wieder angucken an Weihnachten. Oh, wie schön. Weihnachtspostkarten, die kann man natürlich für das nächste Weihnachten auch noch nehmen. Da muss man ja wohl, weil Weihnachten ist ja vorbei. Das ist natürlich auch ganz süß, ne? Habe ich auch noch nicht gehabt. Und was ist das hier? Ein Ferien-Sticker-Handbuch. Okay, hier kann man irgendwelche kleinen Sticker sammeln, die man hier einkleben kann. Das werden wir bestimmt vielleicht, hoffentlich auch noch gleich sehen. Male das Bild an. Achso, hier kann man auch wieder interaktiv damit arbeiten. Das finde ich natürlich auch mal ganz cool, ne? Oh, das habe ich wohl geliebt. Kennt ihr die Dinger? Das sind so eine... Moment, ich muss mich ein bisschen näher ranholen. So. Sieht man das? Da gibt es bunte Farben. Und man muss die Kästchen in der bunten Farbe ausmalen. Am Ende hat man ein Bild. Kann man natürlich schon ein bisschen erkennen. Das hier wird wahrscheinlich ein Rentier werden. Hier ist irgendwie Tannenbaum, Stern und was auch immer. Keine Ahnung, was du siehst, aber okay. Das mochte ich immer total gerne. Habe ich total gerne ausgemalt. So eine Sachen. Ich habe sowieso immer gerne gemalt oder irgendwas kreativ gemacht. Ferienspiele. Ah, auch nicht schlecht. Auch noch mal was zum Ausmalen. Und hier noch mal ein paar. Und hier ist noch mal Werbung für irgendwas. Okay, alles klar. So, das ist so ein kleiner Einblick. Ey, High Five. High Huf. Was? Was? Hä? Okay, wie auch immer. So. Das sind die Stickertüten. Da schauen wir natürlich mal ein bisschen rein. Heute wollte ich mal nicht direkt einkleben. Ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt noch sammeln soll. Ob das nicht ein bisschen zu spät ist mittlerweile schon, das anzufangen zu sammeln. Keine Ahnung, ob das jetzt zu spät ist. Moment. Mal wieder ein bisschen näher ran, damit wir die Sticker wenigstens ordentlich sehen können. Oh, das habe ich jetzt gemacht. Ah, okay. Was ist das denn? Achso, falschrum. Kann ich ja lange gucken. Das ist auf jeden Fall Olaf, der so eine Girlande in der Hand hat. In dem Film sind sie ja auf der Suche nach ihrer Tradition, nach ihrer Weihnachtstradition. Haben das erste Mal quasi irgendwie wieder die Freiheit, Weihnachten zu feiern. Oh, ich glaube, das ist was von diesen, die wir gesehen haben. Die man irgendwie da so, die Runden in den Sticker da einkleben kann. Ja. Oh, ein Glitzersticker. Die sind auf der Suche nach der Weihnachtstradition. Der ist auch schön. Der glitzert auch. Und stellen dann fest, Moment mal, was machen wir denn? Wir wissen gar nicht, wie man Weihnachten feiert, weil alle haben ja irgendwie eine Idee zu Weihnachten. Man macht immer bestimmte Sachen. Das ist irgendwie immer total schön. Der eine geht vielleicht an Heiligabend noch einen Weihnachtsbaum kaufen. Das war bei uns tatsächlich immer so, weil mein Vater auch immer so ein bisschen chaotisch war wie ich. Mein Papa, der lebt ja leider nicht mehr. Aber damals war das immer so, dass wir zusammen einen Weihnachtsbaum gekauft haben. Immer auf den letzten Drücker. Das war unfassbar. Und jedes Jahr das Gleiche. Und jedes Jahr haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht doch mal im nächsten Jahr. Und dann war es doch wieder so weit. Und dann hat mein Papa sich immer gewundert, warum sind denn die Bäume so teuer? Ja, weil man musste ja die letzten Bäume nehmen, die da sind. Und da wussten die natürlich, okay, die zahlen jetzt viel Geld dafür, ne? Für den letzten Baum. Das war richtig gemein. Wieder so ein schöner Doppelsticker. Hier so ein Glanzsticker. Ah, und das sind so ganz kleine hier. Das sind ganz kleine Runde. Wo auch immer die wohl reingehören. Neun Mal. Aha. Neun Mal. Keine Ahnung. Falls wir die sammeln sollten, werde ich sie rausfinden. Ich bin da mal wieder auf eure Kommentare angewiesen, was ihr hier haben wollt. Soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich glaube, ich tendiere dazu, das jetzt eher nicht nochmal zu sammeln. Wobei ich die irgendwie auch Lust hätte einzukleben. Aber es ist ja nicht mehr wirklich Weihnachten. Deswegen passt es eigentlich nicht mehr so doll. Aber die Coco-Sticker, die würde ich auf jeden Fall gerne nochmal einkleben. Naja. Nun waren sie auf jeden Fall unterwegs, ne? Und haben da versucht, eine Weihnachtstradition, also nicht sie, sondern Olaf hatte so ein Mitleid und ist dann losgelaufen, beziehungsweise losgefahren mit dem Schlitten, mit Christoph und Sven zusammen, also mit dem Rentier. Und dann haben sie gesagt, ich muss doch jetzt hier irgendwie eine Weihnachtstradition finden. Wie funktioniert denn das richtige Weihnachtenfeiern? Und war dann bei ganz vielen verschiedenen Familien und da haben sie ganz viele verschiedene Traditionen natürlich gesehen. Was machen die? Die einen haben halt irgendwie Schals gestrickt an Weihnachten oder irgendwie Kuchen gebacken oder sowas. Ja, was macht ihr an Weihnachten? Habt ihr eine bestimmte Weihnachtstradition, was ihr jedes Weihnachten irgendwie gemeinsam macht? Vielleicht einen Baum schmücken zusammen oder so an Weihnachten? Das war dann bei uns natürlich auch immer noch der Fall, weil wir mussten ja, nachdem wir den Weihnachtsbaum gekauft haben, an Weihnachten auch noch den Weihnachtsbaum schmücken, an Weihnachten. Und ich musste dann mit meinem Papa auch immer noch Weihnachtsgeschenke kaufen, auch an Heiligabend. Ja, weil alles immer auf dem letzten Drücker. Jetzt wundert man sich, warum ich wohl so chaotisch bin. Von wem habe ich das wohl? Ich weiß es nicht. Ich vermute nur. Hä? Ach so, da ist unten. Manchmal weiß ich nicht, wo unten ist. Das wird wohl ein Vierer mindestens sein. Ah, da, da schauen sie. Genau, das ist ja eigentlich schon im Grunde fast das Ende hier, ne? Wo sie dann, jetzt darf man das ja doch schon ein bisschen verraten, oder? Wo sie hier die alte Kiste dann gefunden haben. Anna war dann auf dem Dachbogen und hat dann die Kiste entdeckt mit, ähm, mit den alten Geschichten und sowas, was sie damals mit den Eltern zusammen gemacht haben. Und dann hat sie tatsächlich doch noch eine Weihnachtstradition entdeckt. Hat sich gedacht, Moment mal, wir haben doch eine Weihnachtstradition. Das ist nämlich der Olaf, weil wir haben jedes Mal an Weihnachten eigentlich einen Weihnachtsbaum, äh, einen Weihnachtsschneemann, einen Schneemann gebaut. Und das war eigentlich ihre Weihnachtstradition. Olaf war die ganze Zeit unterwegs und wollte ihnen helfen. Und dann war er selber eigentlich seine, die Weihnachtstradition der ganzen Familie. War das Einzige, was sie noch hatten. Oh, ich glaube, da haben sie ihn gerade wiedergefunden. Eigentlich eine total lustige Sache, oder? Olaf total eingemummelt. Macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil eigentlich darf er ja gar nicht eingemummelt werden. Das schmilzt ja, wenn er warm wird. Boah, das sind ja alles Glitzersticker. Was? Was haben wir denn hier? Oh, hoppala. Voll viele Glitzersticker. Hier sieht man das schön auf dem, auf dem Schlitten, was er hier alles mitgebracht hat. Zuckerstangen, irgendwelche Schals. Ich glaube, am Ende haben sie sogar noch eine Sauna eingepackt, weil die anderen immer an Weihnachten saunieren gehen. Oh, das sind ein paar viele Tannenhallen. Der arme Sven. Hier, das sind ein paar schöne Gerichte, die man bestimmt dann auch noch rundherum aufkleben kann. Oh, gehört das zusammen? Ja, das gehört scheinbar zusammen. Das sind nicht die gleichen hier. Okay, wir haben noch drei Tütchen. Ach, irgendwie ist das auch ganz schön. Ich meine, draußen ist das Wetter ja immer noch kalt. Es schneit eigentlich auch noch. Heute hat es, hat es heute geschneit? Heute oder gestern hat es auf jeden Fall hier bei mir noch geschneit. Insofern, Weihnachtsstimmung ist natürlich nicht mehr da. Ah, hier sieht man noch einen, so einen Gewürzkuchen, den man ja auch manchmal backt an Weihnachten. Das ist auch nicht schlecht. Finde den Unterschied. Wenn ich zum Kuchen oder Kekse backen, da habe ich an Weihnachten eigentlich keine Zeit. Das hier ist die, die Sauna zum Mitnehmen. Ne, also, aber das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn man an Weihnachten irgendwie zusammen zum Beispiel nochmal irgendeinen leckeren Weihnachtskuchen oder so einen Stollen oder sowas backt. Stollen finde ich generell auch lecker. Ich bin nicht so der Rosinen-Fan in Stollen drin. Gibt es ja auch einige, die da irgendwie nicht so Fans sind von Rosinen. Generell finde ich Rosinen gar nicht so schlimm. Aber im Kuchen muss das nicht sein. Ich meine, ich esse ihn auch, wenn er da ist, weil Kuchen, ne? Ich esse ja jeden Kuchen und jeden Keks. Glaube ich. Aber wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich ihn mir lieber ohne Rosinen wünschen. Gibt es ja auch ohne Rosinen-Stollen. Einfach nur mit Marzipan drin. Was ist das denn hier? Achso, ich glaube, das ist das Kleid von Anna. Und die ganzen Sachen, die hier angebracht wurden. Ah, ja. Und hier kommt er auf die glorreiche Idee, sich ein bisschen... Ne, das stimmt gar nicht. Da hat das Feuer gefangen. Genau, da fing irgendwann der Schlitten an zu brennen und dann haben sie einen Riesenunfall gehabt. Und dann ist er ja verloren gegangen und war total deprimiert, weil er es nicht geschafft hat, die ganzen Sachen nach Hause zu bringen. Hat gedacht, jetzt ist Weihnachten verloren. Nein, und dann doch nicht. Dann haben sie gesagt, du bist unsere Tradition. Warum ist denn das eigentlich hier auf dem Kopf? Oder hängt der an der... Achso, der hängt so an der Tür, ne? Der hängt auf dem Kopf an der Tür. Achso. Hier haben sie es nochmal geschafft, irgendwas. Oh, und der schönste Sticker am Ende. Der ist das schönste, finde ich gerade, den ich hier bisher gesehen habe. Auch so mit schönen Glitzersternen und hier außenrum noch so eine leichte Glitzerbordüre. Sehr, sehr schön. Ja, aber was findet ihr? Äh, was findet ihr? Was findet ihr? Wo? Was? Nein, wie findet ihr die Sticker? Findet ihr auch schön? Ich finde die sehr schön gelungen, weihnachtlich. Mit diesen kleinen, runden Elementen hier mit dazwischen. Ich weiß natürlich nicht, wie das letztendlich dann aussehen wird im Buch. Im Stickerheft ist mir bestimmt auch gar nicht so schlecht. Sagen wir doch einfach, es sieht bestimmt typisch aus. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Also ich finde die Sticker schön. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass ich sie sammeln werde. Gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren und mir ein Däumchen geben, falls es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video mit der nächsten Serie. Vielleicht kommt ja auch wieder was anderes von Frozen, mit Sicherheit sogar. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!